Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es eine Premiere, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier schon mal eine Emoji-Challenge geredet habe. Aber macht ja auch nichts, ich blende euch die Emojis hier irgendwo ein, würde ich sagen. Und dann startet ihr mit den Eiern in der Bratwonne. Falls ihr den Trigger noch nie gehört habt, ist das jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber stay with me. Okay, hören einfach mal. Klingsent. Oh, klingt das nicht einfach wie Eier in der Bratwanne? Übrigens, wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne neue Emoji-Challenges in die Kommentare schreiben. Falls euch das Format hier gefallen sollte, kommt gleich nochmal ein Video davon. Nächster Trigger, bis hier noch ein bisschen. Gibt es ein bisschen zu machen? Vielen Dank. Ich muss hier mal ein bisschen specken. Ich hab hier mein Handy dort steht drauf. Was für Mojis als nächstes kommen? Jetzt kommen die Kisses. Zeig, zeig, zeig. Ich kann den Melody nicht halten. Ich glaube, wir gehen das Lied. Ich kann den Melody nicht halten. Ich kann den Melody nicht halten. Ja, das ist doch nicht das Gehirn, was hier vor mir liegt. Ja, ein ganzes Gehirn. Ich habe gehört, die juckt. Wo genau? Ja, hier rechts kann sein, das ist nicht so rechts im Gehirn, was juckt. Ja, ich kann es mal kurz. Ganz, 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 ganz. Ganz, 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 ganz Jetzt besser. Okay. Lass mich mal staubieren und ein bisschen weg machen. Perfekt. Okay, das zählt vielleicht nicht mehr ganz als Ball, aber es war mal so ein richtiges Ball. Und ich finde, der macht aber immer noch super Sounds. Hört einfach mal. Okay. Pflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl lebt, 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 lebt Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Premiere, wenn ich nicht enttäusche. Den Kuchen gab es auf YouTube nämlich sofort, ich mich erinnere noch nicht, zumindest nicht als normales Video. So, der riecht wirklich nach Gros, riecht so nach Butterteig. So, der riecht wirklich nach Gros. Okay, nein, noch ein bisschen die Streusel auf. Kommen wir zu Santora. So, leider könnt ihr ja nicht hören, dass sie der Sand durchgelieft. Egal wie laudig das Milch still ist, hört man leider, aber nee, es ist zu leise. So, wir machen die Atmosphäre. Party, Party, Party... Party... Party Party Choo, 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 Choo Party Profeti Ich finde, das Buch klingt zum Deppen am besten. Bei Bananabücher klingt es nicht so gut. Bei Bananabücher klingt es nicht so gut. Bei Bananabücher klingt es nicht so gut. Wann hast du Geburtstag? Wie lautet deine derzeitige Adresse? Wo würdest du gerne mal einreisen? Okay, beschreib mir deinen letzten Traum, den du hattest. Okay. Was hast du gestern zuletzt gegessen? Wirklich? Okay. So. Wie müde bist du gerade? Wenn du hast gerade von 1 bis 10. Okay. Sehr gut. Da würde ich dir empfehlen, entweder bei diesem Video vorbeizuschauen. Deine Möglichkeit noch zu steigern. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.